So, da sind wir wieder und ja, ich habe in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Probleme beim Aufnehmen, dass am Ende des Videos immer ein Stückchen fehlt, sodass ich eigentlich euch am Ende der letzten Folge noch die Transfers zu Ende vorlesen wollte und auch noch die Spiele jetzt, die in diesem Part jetzt Folgen präsentieren wollte, das wird dann irgendwie abgeschnitten, ich hoffe die Transfers konntet ihr selber noch nachlesen, falls das von Interesse war und die Spiele, die in diesem Part kommen, die sind nämlich sehr interessant, da sage ich euch jetzt, wir spielen gegen Darmstadt, auch Steiger. Und Bremer-Hamburger Wochen, das gab es in echt doch schon mal, so ähnlich vor knapp elf Jahren, 2009 war das glaube ich, da hat Bremen gegen Hamburg, ich glaube innerhalb von ein oder zwei Wochen in drei verschiedenen Wettbewerben gegeneinander gespielt und die Bremer haben jedes Mal gewonnen, Papierkugel und so, wir spielen jetzt hier in der Bundesliga gegen Werder und im DFB-Buka gegen Werder 2, innerhalb von drei Tagen. Ja, wollen wir es diesmal, diesmal habe ich die Lager gewechselt, wollen wir es diesmal anders machen, als es damals gelaufen ist. Darmstadt steht in der Tabelle vor uns, die haben auch als Aufsteiger ihr Debüt in dieser Saison gewonnen. Ich habe jetzt an den Videoeinstellungen ein bisschen was geändert, ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass am Ende des Videos ein paar Sekunden fehlen. Hoffenheim spielt 1-1 gegen Dynamo Kiew und Leverkusen verliert 0-1 gegen Feyenoord Rotterdam. In der Euroleague noch keine deutsche Beteiligung, die wird noch folgen. Jan Vertonghen von West Ham United verpflichtet, 9,77 Millionen, wir haben das erste Spiel gewonnen, deswegen sehe ich hier keinen Anlass etwas zu ändern, aber ich setze mal Jatta auf die Bank für Kamara. Spielen gegen Darmstadt, ich sage mal einfach nichts, ausverkauft das Haus 3.500 Hamburger, Heidi Klum tippt 4-1 auf Darmstadt, aber das wollen wir doch mal sehen. Danach die brisante Woche HSV gegen Bremen, Eckball hier, der Ball dreht sich Richtung Tor, der Keeper Schuhen hechtet und der Köpft ihn ins andere Eck, 1-0, erste Saisontor nach Vorlage von Bobby Wood. Ein Traumstart in dieses Spiel, halbe Stunde gespielt, es steht immer noch 1-0, jetzt hier nochmal kurz vor der Halbzeit, Amechi, Ndiaye, der Ball landet leider im Aus. Wir hatten eine Torchance, die haben wir genutzt und wir führen mit 1-0. Ja, das geht doch, genau so weiter, Mann. Das geht doch. Darmstadt jetzt auch offensiv im Engelstein, auch mit seinem ersten Saisontor nach Vorlage von Dudziak in der 54. Minute, Wunderbärchen. Ich bringe mal Sonny Kittel für Dudziak in der 65. Minute, Eckball jetzt für Darmstadt. Es ist noch genug Zeit auf der Uhr, die Ecke landet aber direkt am Außennetz, jetzt Eckball für uns 2 Minuten später. Amechi zieht den Ball hart an den Füllen, Wadumic versucht zu klären von Drongelen, zieht Wolle ab, Abstoß. 72. Minute, ich bringe Hinterseer für Wurt. Osegovic flankt, der Ball landet auf dem anderen Flügel. Deppris gegen Witzel, der gewinnt den Zweikampf. 76. Minute, ich bringe Jung für Van Drongelen, damit ist das Wechselkontingen ausgeschöpft. Das dürfte doch jetzt hier klappen, es sei denn, Darmstadt schafft jetzt hier nochmal kurz vorher den Anschlusstreffer. Das wurde nix, wir gewinnen 2 zu 0 gegen Darmstadt, damit 6 Punkte aus 2 Spielen, noch kein Gegentor, wunderbar. Paul Aspekte im Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 5 schwach, aber wir sind Tabellenführer, jawohl. Nur 2 Teams haben bisher 6 Punkte nach 2 Spielen, das sind wir und die Augsburger. Bremen, unser nächster Bundesliga-Gegner, gewinnt 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Frankfurt spielt 1 zu 1 gegen Dortmund, Bayern spielt 1 zu 1 gegen Hoffenheim, Bielefeld gewinnt 3 zu 2 gegen Mainz. Freiburg gewinnt 1 zu 0 gegen Gladbach, Leipzig gewinnt 5 zu 0 gegen Nürnberg. Nürnberg hat jetzt ein interessantes Torverhältnis, die haben das erste Spiel 6 zu 0 gewonnen, das zweite Spiel 5 zu 0 verloren. Stuttgart gewinnt 1 zu 0 gegen Leverkusen, Augsburg gewinnt 1 zu 0 gegen Hertha und Darmstadt, verliert 0 zu 2 gegen uns. Wir sind also quasi identisch mit Augsburg, warum ausrechnen wir jetzt auf 1 stehen, weiß ich nicht. Wir haben nämlich beide ein Torverhältnis von 3 zu 0 und 6 Punkte. Gladbach ist die einzige Mannschaft mit 0 Punkten auf den anderen Abstiegsrängen. Frankfurt und Hoffenheim, Bayern dümpelt wieder mal so rum, hier Platz 14, 2 Punkte nach 2 Spielen. Augsburg hin sagt, zweiter in der Elf des Tages, Polasbeck, Witzel, Hindiai und Wood, viele Hamburger. Dann haben wir Transfers, Rahmani geht von Verona nach Freiburg, Steven Zuber von Genua nach Bremen, Brennett von Hoffenheim nach Turin und jetzt spielen wir gegen Werder Bremen 2. Wir haben 20 Millionen auf dem Konto, aber können weitere Pokaleinnahmen natürlich gut gebrauchen. Die Meldefrist für den Europapokal, 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 Euro, ist abgelaufen, wir sind eh nicht dabei. Johannes Eggestein hat im letzten Spiel sein erstes Tor für seinen neuen Klub erzielt, muss eine Runde schmeißen, alle freuen sich das gut für die Stimmung. Stefano Scarpino lässt in einem Trainingsspiel 3 Bälle hintereinander, durch die Beine rutschen, er verliert 4 Motivationspunkte, die anderen Spieler lachen schon über ihn. Hat hier, das war doch auch hier sein erstes Tor, warum muss er keine Runde geben? So, wir spielen gegen Werder Bremen 2, ist da irgendein bekannter Name? Ich kenne keinen, scheinen auch keine Veteranen zu spielen, oder? Ähm, da wird rotiert, was hatte ich jetzt gesagt, wer ist mein Pokalkeeper? Pokalkeeper, ich glaube, heuer füreinander ist. Capino hat auch im UI Cup gespielt, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es vergessen, aber da wechseln wir jetzt mal ein bisschen durch. Camara darf zum Zuge kommen. Leibold, mal auf der 6, Ferrari darf spielen, Jung darf spielen, Fein, geht mal auf die Bank, Bersar darf spielen. Ja, Mera, hier wird wild rotiert, wir sind aber immer noch stärker. Jungs, auf dem Papier, ist das eine leichte Aufgabe, aber die, die werden uns das Leben verdammt schwer machen. Die Spiele haben die Ansprache verstanden, ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht zu viel rotiere, da sind nämlich nur noch 12 Stärkepunkte Unterschied. Platz 11 am Weserstadion, die Hälfte der Zuschauer ist Hamburg-Fan, das in Bremen. Harald Schmidt tippt 3 zu 2 auf Werder Bremen 2. Wir gehen sofort in Führung der ersten Jute, Jan Giamera mit dem 1 zu 0. Ioas nimmt den Ball zur Grundlinie, mit Pass dann zur straflichen Grenze. Haag, der Ball landet im Tor aus, Traumstart hier für uns. Beseitigt alle zwei für die ich dann vielleicht auch hatte nach meiner starken Rotation. Duziak schießt aus, 20 Meter mit rechts aufs Tor, der Ball ist drin, 2 zu 0, Vorentscheidung, Fragezeichen. Und eine Minute später indirekter Freistoß, 19 Meter Jung legt ab auf Leibold, der flankt. Aber der Ball bleibt hängen. Einwurf. Aber ja, Fernandes klebt auf der Linie, keiner der Angreifer kommt an den Ball. Duziak bringt das Leder unter Kontrolle. Oh, er rutscht, der Ball rutscht ihm durch die Beine, aber er bekommt ihn noch zu fassen. Wir machen richtig Druck, wir wollen die Vorentscheidung schon in der ersten Halbzeit. Dieser Ball landet im Aus. Bobby Wood mit dem 3 zu 0, die er hier mit der Vorlage und nochmal Freistoß. Wir haben richtig Bock. Richtig Bock hier. Leibold, wie an der Schnur gezogen, der Keeper springt und dreht das Geschoss noch um den Pfosten. Also, ich möchte jetzt schon mal von einer Vorentscheidung sprechen. Leibold in die Arme, vor die Füße von Wiemann. Wir führen 3 zu Halbzeit, 6 zu 0 Torchancenverhältnis. Überragendes Spiel. Duziak wird gelobt. Oh, die haben ja noch eine bessere Leistungsspiel. Zeigt. Vielleicht geht das nie mehr vorbei. Ja, drei Tage später wartet die erste Mannschaft von Werder. Werder 2 jetzt auch offensiv. Kamara gegen Becker. Kündigt den Ball unter Kontrolle. Wird von Becker bedrängt. Verliert den Zweikampf. Besser kontrolliert. Passt auf den Flügel. Und Jai passt zurück. Das Abspiel landet beim Gegner. Gelbe Karte für Duziak. 63. Minute. Hinterseer kommt für Ndiaye. Passiert hier noch was. Christian Groß sieht gelb. Den Bremern läuft auch die Zeit davon. Ich bringe mal... ... ... ... ... ... ... ... 76. Minute Yatta für Samperio Gelb für Becker Ich glaube das war es jetzt Bremen hatte noch keine Torchance Doch jetzt Tor Luke Ehorst Nach Vorlage von Kevin Sesser Mit dem 1 zu 3 Aber wir gewinnen trotzdem Souverän mit 3 zu 1 in Bremen Ich dachte schon das Spiel stürzt ab Weil das jetzt so lange geladen hat Jan Kiamera macht auf sich aufmerksam Bester Mann Note 3 Wie immer ich lese die Überraschung vor Wo ein Underdog eine höherklassige Mannschaft besiegt hat Und die Spiele derselben Liga gegen selbe Liga Bayern gewinnt in der Verlängerung 4-1 gegen Hertha Dortmund verliert 0-1 gegen Leverkusen 2. Liga gegen 1. Liga Der 2. Ligist Aue schlägt Augsburg Zweitligist Köln schlägt Hoffenheim in der Verlängerung Zweitligist Paderborn schlägt Eintracht Frankfurt Im Elfmeterschießen Zweitligist Schalke schlägt Freiburg in der Verlängerung Die Zweitligisten gewinnen hier fast jedes Spiel Ja, Kreuter führt gewinnt 2-0 gegen Darmstadt Nur mehr als die Hälfte der Zweitligisten Hat die Erstligisten besiegt Die Erstligisten konnten die Drittligisten jedoch immer schlagen Die Amateure haben alle verloren 2. Liga gegen 2. Liga Düsseldorf gegen Köln Auch brisant Fortuna Düsseldorf gewinnt im Elfmeterschießen Gegen Viktoria Köln Dritte Liga gegen 2. Liga Dritte Liga gewinnt gegen 2. Liga Hier Karlsruhe besiegt Dresden in der Verlängerung Saarbrücken besiegt Regensburg Die Eintracht hier ganz gut Sehr gut Im DFB-Pokal mitmischen Die Amateure verlieren alle Dritte Liga gegen 3. Liga Rostock verliert gegen Magdeburg Die Amateure verlieren wirklich immer Aber zweimal gab es hier Amateur-Duelle Trier verliert gegen Chemie Leipzig und Gießen besiegt den Heiler SV Und wir gucken uns jetzt mal die Auslosung an Ich hätte gerne unterklassige Mannschaft Und ich hätte gerne ein Heimspiel Wir wollen hier weit kommen im Pokal Zweite Liga gegen 2. Liga Union Berlin gegen Schalke Chemie Leipzig Die würde ich wohl nehmen Gegen Wehen Wiesbaden Dritte Liga Gladbach zu Hause gegen Arminia Bielefeld Ein Erstliga-Duell Potenzielles Live-Spiel für ARD und ZDF Stuttgart gegen Wolfsburg Auch ein Erstliga-Duell Würzburg gegen Bremen Die erste Mannschaft von Bremen Gräuter führt gegen Heidenheim Zweitliga-Duell Aue gegen Bochum Ebenfalls zweitklassiges Duell RB Leipzig Das wäre jetzt auswärts natürlich ein Albtraum los Aber wir haben Glück Die spielen gegen den Hallescher FC Nürnberg In der Zweiten Runde Gegen Fortuna Düsseldorf Karlsruhe würde ich wohl auch nehmen Drittligist Gegen Paderborn Magdeburg Drittligist Gegen Hannover Gießen Würde ich wohl auch nehmen Amateure gegen St. Pauli Ja, sie spielen gegen den Hamburger Verein Aber nicht gegen uns Wir müssten doch jetzt mal langsam kommen hier Mainz Gegen Bayern München Auch ein Knallerlos hier Erstliga-Duell Sandhausen Gegen Köln 1. FC Köln Bayern München 2 Würde ich wohl auch nehmen Gegen Bayer Leverkusen Zweite Mannschaft hier Die noch im Rennen ist Saarbrücken Gegen den HSV Ja, Saarbrücken Macht es in echt sehr gut im Pokal Wir haben mal wieder das allerletzte Los bekommen Wir spielen auswärts in Saarbrücken Das ist wohl machbar Da bin ich zufrieden mit dem Los Gibt zweieinhalbtausend Siegprämie Und jetzt Oh, Joris Gnagnon Von Tottenheim Hotspur Verpflichtet Über 30 Millionen Hat er gekostet Wir spielen jetzt gegen die erste Mannschaft von Werder Bremen Die ist auch nicht so stark Ist das hier ernsthaft? Ihre Aufstellung aus Dienston und Zuba im Sturm Oder ändern die das jetzt nochmal? Haben die keinen Stürmer? Was ist denn da los? August Dienston ist doch kein Stürmer So, wir wechseln wieder durch Paulas Back Mal ein bisschen rotieren Letchert Darf mal ran Kittel mal von Beginn an Eggestein gegen seinen Ex-Klub Amechi Darf wieder ran Germera hat allerdings gut gespielt Ne, dann lasse ich ihn nochmal Amechi spielt mal auf links Ein bisschen wird durchgemischt Männer Wir sind die beste Mannschaft in Deutschland Heute müssen wir beweisen, dass wir auch die beste Mannschaft in Stuttgart sind Das ist ja jetzt für eine Ansprache Aber wir sind ja nicht in Stuttgart Die Spieler fragen sich, was diese Ansprache ist Aber ich wollte doch sagen Für viele ist das das wichtigste Spiel des Jahres Ja, Hamburg gegen Bremen In Hamburg 57.000 Ausverkauftes Haus Stefan Raab Tippt 1 zu 1 Die Bremer spielen tatsächlich mit dieser kuriosen Formation Zubau und August Dienston im Sturm Was soll denn das? Eggestein, der Ex-Bremer Läuft noch drei Schritte Zieht ab Toll gehalten von Pavlenka Keine Ahnung, was der Computer hier macht Rote Karte für Sonny Kittel Ai, 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 ai Jetzt müssen wir hier fast 80 Minuten in Unterzahl spielen In dem Sinne ziehe ich Bobby Wood Ein Stückchen zurück Und wir spielen dann halt nur mit zwei Stürmern Die offensive Ausrichtung nehme ich auch raus Nur kontrolliert offensiv noch August Dienston Müssen wir hier überhaupt groß verteidigen Wenn die ohne Stürmer spielen Keine Ahnung, was da bei den Bremern los ist Schlenzer in die rechte Ecke Aber August Dienston, der beweist mir Das Gegenteil Von wegen, der ist kein guter Stürmer Der macht hier das 1 zu 0 in der 10. Minute Ai, 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 ai Geragica gegen Lechard Der grätscht Wird von ihm überlaufen Marschiert auf die linke Straf Von Mecke zu Kommt frei zum Schuss Und Pollasbeck hält Und Amici mit dem Ausgleichstreffer Nach Vorlage Bobby Wood Und Wood kommt frei zum Schuss Drei Minuten später Pavlenka wird angeschossen Und hat den Ball im Nachfassen Wir haben den Ja, es ist jetzt Halbzeit Und in Unterzahl den Ausgleich Nach Rückstand erzielt Das ist gar nicht mal schlecht Amici wird gelobt Er lächelt sich Äh, lächelt darüber Weiter so Warum spielen wir denn jetzt schon wieder offensiv Das wollte ich doch nicht Hat die Ansprache das verursacht Oder wird das eben nicht richtig übernommen Ich will nicht offensiv spielen Gosens sieht gelb Und Zubar Auch der Von wegen Von wegen Das sind beides Keine Stürmer Beide Treffen hier auf ihren neuen Positionen Was ist denn der Zubar Zubar ist eigentlich Hüttelfeldspieler Ja, wir liegen schon wieder hinten Und dann müssen wir doch offensiv spielen Auch in Unterzahl Ndiaye spielt nicht gut Hinterseer kommt für ihn Einwurf durch Eggestein Ja, auch ein Duell der Brüder hier Der Bremer Eggestein Ferrari Hat aufgepasst Köpft den Ball aus der Gefahrenzone Direkter Freistoß Für Werder Gosens tritt den Ball hoch Vorstor Suarez verlängert mit dem Kopf Der Ball bleibt auf dem Tornetz liegen Jetzt spielen wir Jung spielt nicht gut Da bringe ich mal Papadopoulos Gelb für Guillamera Wir haben noch 10 Minuten Es kommt Jatta mal in den Sturm Für Eggestein Eggball jetzt nochmal für Bremen Werden wir die erste Niederlage Der Saison Kassieren hier Einwurf durch Eggestein Den Bremer Eggestein Auf Augustinshorn Der flankt auf den kurzen Pfosten Zu kurz Ja, wir verlieren Wir haben Bremen 2 geschlagen Hier verlieren wir zu Hause Gegen Werder Bremen 1 Bitter, bitter, bitter Die beiden unorthodoxen Stürmer Der Bremer haben jeweils getroffen Kittel hat uns einen leeren Dienst erwiesen Den wir hier in der 9. Minute Schon den Platzverweis kassierte Steven Zuber Der Mann des Spiels Spiel bekommt die Note 4 Wir fallen von Platz 1 auf Platz 5 Augsburg ist der neue Tabellenführer Einzige Mannschaft mit 9 Punkten Nach 3 Spielen Hoffenheim schlägt Leipzig mit 2 zu 1 Nürnberg schlägt Frankfurt mit 2 zu 1 Bayern mit dem ersten Saisonsieg 2 zu 1 gegen Bielefeld Dortmund 4 4 mal 2 zu 1 Hier hintereinander Dortmund 4 zu 1 gegen Leverkusen Wolfsburg 1 zu 0 gegen Freiburg Hertha 2 zu 0 gegen Darmstadt Gladbach 1 zu 1 gegen Stuttgart Mainz 0 1 gegen Augsburg Und wir verlieren 1 zu 2 gegen Bremen Augsburg Vor Dortmund Vor Hertha Vor Nürnberg Vor uns Wir sind punktgleich Auch mit Wolfsburg Und auch mit Bremen Bayern klettert Hoffenheim ebenso Auf den Abstiegsrängen Jetzt Alles Teams mit einem Punkt Jede Mannschaft hat schon mindestens Einen Punkt erzielt In der Bundesliga Gladbach Mainz Und Frankfurt ist Neues Schlusslicht Innerhalb des Tages Ferrari und Amechi von uns Trotz der Niederlage Verstehe ich nicht so ganz John Cordoba Geht von Bremen Nach Wolverhampton Wanderers Im letzten Video wurde das jetzt hier alles abgeschnitten Ich hoffe mal dass das jetzt hier nicht fehlt Im nächsten Part spielen wir gegen Stuttgart Gegen Leverkusen Und gegen Frankfurt Drei Ligaspiele Keine englischen Wochen Das wird dann alles ein bisschen zügiger gehen Guck mal in der zweiten Liga Da ist gerade St. Pauli Tabellenführer Vor Halle Und vor Paderborn Okay Wir sehen uns Tschüss bis denne